Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Hearths Daudi. Wir spielen wieder auf dem Holzrang, weil ich immer noch zu faul war, mich irgendwie weiter vorzukämpfen. Hey, das Spiel nur auf dem Holzrang, voll scheiße, derbe. Ja, genau. So stelle ich mir Leute vor, die mich deabonnieren, weil ich auf dem Holzrang spiele. Nein, natürlich nicht. Ja, ich spiele auf dem Holzrang, weil ich einfach zu faul war. Ja, Jäger, wir verlieren. Okay, eine weitere Karte halten. Nein, 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 nein. Alles scheiße für die ersten Runden. Das sieht schon wiederum besser aus. Okay, 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 okay. Uh, das sieht sogar viel besser aus. Okay, das Karten auswählen scheint gerade ein bisschen verbuggt zu sein. Hallo? Alter, nee, oder? Seht ihr das? Es registriert meine... Es registriert meine Maus weiter oben, als die eigentlich ist. Na, schöne Scheiße. Ach ja. Ja, das ist jetzt natürlich blöd, aber... Hm. Dann halt nicht. Das ist jetzt wirklich blöd. So. Da muss ich halt jetzt mich geistig anstrengen. Kann ich ja so schlecht. So. Jetzt sollte ich schon den Anstürmer... Nee, den... Den Anstürmer kann man... Den Anstürmer kann man halt gut hoch buffen, weswegen ich ihn selten dazu benutze, irgendwie... Äh, ja. Einfach nur Schaden zu machen, weil die sind ein Schaden. Das ist jetzt auch nicht die Welt. Und da ist es lieber besser, wenn man ihn beschützt und dadurch halt jemanden hoch buffen lässt. Das war nicht unbedingt die Karte, die er wahrscheinlich wollte, aber... Ähm... Okay. Okay, okay, okay. Was könnten wir machen? Wir könnten dem hier drei Leben... Drei Angriffe geben und dann seinen da töten. Könnten wir machen. Machen wir auch. So. Jetzt nimmt der noch zwei Schaden. Yeah. Entscheidet jetzt garantiert die Runde. Diese zwei Schaden, die sind total super. Äh, ja. Ich find's grad scheiße mit dieser Maus. Ich hoffe, wenigstens mit der Aufnahme ist alles okay. Weil ich hab gerade ein bisschen mit dem Aufnahmeprogramm rum experimentiert und ich glaube, ich werde es gleich bereuen. Oder? Bereue ich's? Spiel, sag mir. Werde ich's bereuen? Werde ich's nicht bereuen? Okay. Ich glaube, er weiß gerade nicht, was er tun soll. Kommt mir zumindest so vor, weil... Joah. Der spielt eigentlich nichts. Das einzig, was er gespielt hat, ist gestorben. Weil es nun mal Leok war. Oder sammelt er gerade auf ne Kombi, wie ich früher immer. Das könnte natürlich auch sein. Aber bis man diese Kombi hat, ist der Gegner schon so weit fortgeschritten, dass man es nur schwer schafft, wieder... Na, obwohl er hat den gleichen Karten drücken, wie ich sehe ich gerade. Also muss es ein guter Spieler sein. Hä? Seltsam. Hier registriert er die K... Die Maus... Okay, ich versteh's nicht. Ich versteh's einfach nicht. Äh... Ich spiel einfach noch so ne Karte. Also, besser gesagt, ich setze meine Heldenfähigkeit ein. Dieses... Aha! Klang gerade nur minimal seltsam. Ich muss wirklich mir irgendeinem Aufnahmeprogramm schauen. Ich will nämlich mit Open Broadcaster anfangen aufzunehmen. Vielleicht kennt sich ja so einer von euch damit aus. Und kann mir sagen... Ah, darauf hat er abgezielt. Gut gespielt, aber du verbrennst gerade Karten. Hallo? Ich will gut gespielt sagen. Puh, das Spiel lässt mich nicht gut gespielt sagen. Ja. Du verbrennst nämlich jetzt Karten, du Volliot. Wenn er mich sogar jetzt direkt angreift, wäre es sogar noch lustiger. Weil dann ist dein gesamtes Feld... Ja, er greift mich direkt an. Oder... Na, schade. Hätte er mich direkt angegriffen, wäre es lustiger gewesen. Aber darauf hat er also abgezielt. Jetzt wissen wir es. Ähm... Ja. Zum Beispiel, das ist auch eine gute Methode, um den Anstürmer zu benutzen. Einfach als... Äh... Kommen wir nun... Futter. Ja. Hm. Ich hab mir mal ein Mana-Kristall auf. Also diese Münze. Weil... Ich hätte jetzt noch einen Diener beschwören können, aber... Viel gebracht hätte es mir jetzt auch nicht. Okay, wie gesagt, das ist kein schlechter Spieler, also das auf keinen Fall. Aber... Ich hoffe mal, du hast Geheimnisse, Junge, weil... Ich würde nicht diesen Bogen einfach so verschwenden. Außer will mich runterrushen, aber... Dafür habe ich eigentlich noch recht viel Leben. Äh... Ja. Fertig. So, mal schauen, was er jetzt... Ich hätte den Eiden töten sollen. Also diesen Hund, weil er kann sehr schnell Wildtiere hochbuffen. Fällt mir gerade ein. Scheiße. Scheiße, das war ein Denkfehler. Fuck. Ich hoffe, das macht er nicht. Okay, er hat scheiße viele Karten, das macht er. Willst du mich verarschen? Ich hätte diesen Hund töten sollen. Oh ja, ich hätte diesen Hund sowas von töten sollen. Und ich kann nicht mal gut gespielt sagen. Okay, dieser Hund ist scheiße. Äh... So. Ich muss das tun, weil... Ich muss jetzt möglichst jeden Schaden verhindern. Und möglichst viel Schaden an ihm anrichten. Ich glaube, ich werde es bereuen, aber... Also, dass ich meine Buff-Karte auf meinen Eber eingesetzt habe, aber... Ja, okay, er hat Geheimnisse. Äh. Ah, das bekommt es nur, wenn... Ah, das bekommt es nur, wenn es aufgedeckt wird. Das ist wahrscheinlich eine Sprengfalle oder noch schlimmer, die Schlangenfalle. Seht ihr, hier wird die Maus... Hier wurde die Maus doch gerade richtig registriert. Also, komm, spiel. Hä? Okay, ich verstehe es mit der Maus immer noch nicht. Also, wenn ich die Maus hier halte, ist sie irgendwie hier oder so registriert. Ach, keine Ahnung. Äh, vielleicht ein Diener-Gottes-Schild. Das kommt mir gerade recht. So. Sprengfalle? Sprengfalle! Super. Und stellt sechs Leben wieder her, weil er kann mir sehr schnell sehr viel Schaden zufügen und das weiß ich aus Erfahrung. Ich könnte ihn jetzt direkt angreifen, aber... Ne, ich heb mir meine Waffe auf. Okay. Nicht schlecht. Was hast du vor? Ein spannendes Röntgen, wenn nicht dieser Maus-Bug wäre. Ich bin gerade dazu verleitet, diese Röntgen nicht hochzuladen, aber gleichzeitig will ich sie auch hochladen, weil sie schon recht gut ist vom Rundenmäßigen her. Hm. Okay. Das war ein Fehler. Das ist wahrscheinlich wieder eine Sprengfalle. Wusste ich es doch. Ah, ne. Okay. Das macht mir nichts aus. Das macht mir sowas von gar nichts aus. Ja, okay. Bis auf die Tatsache, dass er jetzt, ähm, halt noch eine zusätzliche Haltbarkeit bekommen hat. Hm. Frozen Tiger. Cooler Name. Vor allem für einen Jäger. Wegen Tiger und so. Yeah. Und auch wegen der Eisfalle. Die ich auch irgendwie gerade... Ah. Okay. Gut. Hier kann man eigentlich gut nachschauen, wo die Maus immer ist. Ah, sie ist immer nur minimal links oben von einem. Ja. Ja. Also wenn ich die Maus hier so halte, ist sie circa hier. Hm. Seltsam. Strange. Liegt vielleicht daran, dass ich mit der Auflösung rumexperimentiert hatte. Hm. Keine Ahnung. Denken wir nicht so viel darüber nach, sonst brennt uns noch der Kopf durch. Der Kerl hat so viele Karten gezogen und jetzt braucht er sogar noch Karten. Okay. Okay. Äh. Ich frage mich... Warum? Hm. Das Problem, was ich an Pferdenlesen habe, weswegen ich es nicht mag, man kann zwar eine Karte aus drei auswählen, aber alle beiden, also die beiden anderen, werden einfach weggeworfen. Und wenn es drei gute Karten sind, hast du zwei gute Karten weggeworfen. Und es kommt halt nur sehr selten vor, dass es keine guten Karten sind, die dort vorkommen. Äh. Ja. Nicht schlecht. Er hat verloren. Der Vollidiot. Tja, Leute. Äh. Eine sehr seltsame Runde. Mein Commentary war wahrscheinlich auch nicht gerade das Beste. Wegen dieser ganzen Verwirrung. Wiedersehen. Euer Sanderon. 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 Sanderon.